Und wir sind in der BF3 Es geht gerade noch, wir müssen hier den Upgraden Am besten zwei so Bumerangaffen Ich glaube das ist das beste So sehr schön, jetzt haben wir das, das hilft schon sehr Wir nehmen gleich den zweiten hier Wo schnell es geht Den zweiten, dann gehen wir hier hin So 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 Ich hoffe die werden da unten aufgehalten Ja es geht, es geht, es geht So 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 weit läuft es noch So Wunderbar, we have neun So jetzt haben wir zwei sehr schön So 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 und jetzt mach mal was machen wir jetzt den da und dann ist die Spike Factory dran mit der Wave 12 die hatten gar keine Upgrade kriegt Wave 12 Stahlbluns können da jetzt eigentlich gar nicht mehr durch aber zuerst das rechte Upgrade hier wir sind in der Wave 14 so jetzt können wir den Haufen Stahlbluns aber ich hoffe die halten wir auf ja geht ich spare gerade auf die Fetten das müsste sich nur ausgehen Wave 16 die letzte Wave wir haben die Dicken da wird jetzt nichts mehr durchkommen denke ich und geschafft im Hardcore Modus nice one verdient der schöner geiler Win kriegen wir gleich extra Dings noch wunderbar wir nehmen die Kiste es ist schon die dritte die ich seit kurzem habe nice 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 so dann kassieren wir schön ab was kriegen wir da 10 Upgrade what ja der Zauberdienst da der heißt man geht immer wurscht das da das machen wir auch noch Blunsabotage das ist gut das ist gut Blunsabotage ist immer gut so und dann werden wir das noch einnehmen hier dass wir hier nicht so ein Eck drin haben wir vergrößern jetzt so wieder unser Gebiet eine schöne Map hier so jetzt gehen wir ganz am Rand ähm wir spielen gleich mit zwei Spark Factories so und du kommst dahin und und let's go Wave 1 von 16 16 1 von 19 20 20 21 22 24 24 25 So, jetzt machen wir uns einmal Stahlblumen-Safe, nur zur Sicherheit hier unten. Nur zur Sicherheit, dass wir da keine Ränkwurstel kriegen. Ah, diese grauslichen Herzen wieder, aber okay, wir haben sie noch unter Kontrolle. Hol 5! So, haben wir mehr Specs. Wir sind hier nur in der Wave 5. Oh, das ist die Wave 6. So, das ist die... ... 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 Leute, come on, wieder mehr Spikes, jeden Moment und zack, mehr Spikes, jetzt ist die Spike Factory dran mit Upgrades. Oh, da kommen diese grausigen Herzen hier, aber wir haben so gut und toll, es läuft. Fettere Spikes hier. So, es läuft richtig gut, Wave 9 einmal. Alles erhoffen, aber haben wir auch aufgehalten, wunderbar. Wave 10. Und Wave 11. So shit, Frau Schmidt, das ist ein bisschen viel, langsam. Mehr Spikes werden mir wünscht. Äh, das ist ein bisschen scheiße grad, aber es geht auch, es geht auch. Wir halten es aus. So, jetzt machen wir die fetten Spikes zuerst mal hier unten, beziehungsweise, äh, wenn wir ein bisschen Upgraden hier. Wir sind in der Wave 13. Machen wir hier die dicken Spikes dann. Ah, diese Stallions, die sind schon giftig, besonders wenn so viele sind. Das ist richtig grausig, aber es geht, es geht, es geht. Wir haben mal die fetten Spikes, dann haben wir wieder ein bisschen Luft. So, zack und bang, wir haben die dicken Dinger. Wave 14. Oh Gott. Da haben wir viele Herzen. Boah, brutalst. Das ist zu viel. Wopsa dopsa. Das war zu viel, diese scheiß Herzen haben sie uns wieder gegeben. So, dann werden wir wieder ein bisschen Geld kassieren hier. Boah, und die Money ist unser. Ein bisschen was fehlt, nur dann können wir das eine abwenden hier unten. Ach, da warte ich jetzt ganz kurz. Ups, jetzt habe ich mich verdrückt. Da warte ich jetzt ganz kurz. Wir können inzwischen vielleicht... Monkey, wo ist es Monkey? Such mal einen Gegner, den wir segieren können. Eine in die Fresse hauen. Wir haben genug hier von diesem Plutonium. Bluntonium. Bluntonium, so. So. Den geben wir natürlich noch eine extra Portion da rein. Da investieren wir ordentlich. Er kriegt einen super duper Angriff hier. So. Das haben wir. Ein bisschen coole nur. So, das müsste jetzt ausgehen, dass wir den einen hier auch noch upgraden können. Das ist blöd, dass man das nicht sieht, welcher abgegradet ist und welcher nicht. Das ist ja richtig dämlich. So. Wir upgraden den dritten und danach nur den vierten und dann hat sich das... Jo. Läuft richtig prall, Leute. Kann man es nicht beschweren. Ich würde sagen, irgendwas nehmen wir nur ein. Nehmen wir das ein. Hardcore-Modus. Let's go! Und danach machen wir dann wieder einen schönen Cut. So. Zack. Bam. Wave. Eins von 16. Temos. 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 So, nehmen wir hier vorläufig einmal mit mehr Speckx. Ich nehme mir nicht an, dass jetzt ein Stahlblumen ankommt. ich vergesse wieder den da wäre schon wichtig hier wenn man schon haben kann auch pfeffern jetzt haben wir auch was gegen stahl bloß jetzt läuft es ganz prall und dann läuft es noch praller wenn wir jetzt hier jetzt So, Leute, Leute. Boah, ein bisschen cool, eh? Oh, fehlt ja nicht mehr viel. Ja, was heißt nicht mehr viel? Die Hälfte haben wir zum nächsten Upgrade. Aber das läuft schon. Wave 7. Gleich haben wir mehr Specs. Das ist dringend gebrochen Grad. Das war eine knappe Sache jetzt. Das war eine knappe Sache. So, jetzt schaut's wieder ein bisschen besser aus. Wave 9. Oh, 15. Ah, das war knapp, Leute. Das war sehr knapp. Boah, das ist auch sehr knapp. Boah, das ist auch sehr knapp. Aber jetzt müssen sie langsam mal mehr die Fetten hier ausgehen. Ja, wir haben die Fetten. Die kommen genau richtig. Genau jetzt brauchen wir's. Perfekt. Sonst wird's nämlich hier wirklich knapp. Und dann seht ihr, was da ankommt. Das ist nicht gerade wenig. Aber wir haben's unter Kontrolle. Nehmen wir jetzt eine zweite Spike Factory hier. Und dann läuft die Bude. Also testen wir's. Zitzen wir's. Und dann ähnliche Überschern. Und dann geht's. Lass uns sein. Wunderbar und das hin, WF 15. So da, letzte WF, WF 16. Mal kurz schauen, wenn ich den verkaufe, kriege ich 700. Weil ich würde gerne die Spike Factory hier noch upgraden. Äh, es kommt nämlich doch ein Haufen hier. Boah, das könnte knapp werden. Boah, das war sehr knapp, aber geschafft. Geile Aktion. Ey, und wir kriegen wieder eine Kiste, das ist etwas Nettes. So, wo machen wir die auf? Hier. Kiste, Kiste. Äh, das ist ein schönes Tränen. Bam, boom, beam, barsch. Einen Boomer, da bin ich dabei. Der braucht hier dringend drei. So, also wir aktivieren noch was. Oh, der kriegt jetzt Level 3. 5% mehr Attack Speed. Das ist ganz brauchbar. So, und der Joker, den kriegt wieder, wie immer, unsere Spike Factory. Die braucht es nämlich. Mal schauen, was da auf dem Vierer ist. Spike Ball Steel. 3 Damage mehr. Okay. Ja, das geht aber. Perfekt, perfekt, Leute. Aber jetzt muss ich noch mal kurz was gucken. Ne, passt schon. Ich habe nur gedacht, ich bin mir verscharrt. Hort hin. So, dann gehen wir noch mal zum Schluss ein bisschen einkassieren hier. Und danach speichern, Leute, speichern. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.